Musik Das ist eine römische Mühle. Die römische Mühle hat die Form eines Rades mit 8 Speichen. Es ist ein Spiel für zwei Spieler, jeder erhält drei Steine. Als erstes setzen die Spieler abwechselnd ihre Steine aufs Feld. Sind alle Steine auf dem Feld, ziehen die Spieler ihre Steine abwechselnd. Ziel ist es, eine Mühle mit seinen Steinen zu bauen. Dazu müssen sie ihre drei Steine in eine gerade Linie durch den Mittelpunkt der Mühle bringen. Ist der Mittelpunkt vom Gegner besetzt, müssen sie seine anderen Steine blockieren und ihn so zum Zug zwingen. Das ist einatmen. Und dann ist die Linie auf der Mitte der Mühle. Und dann hat das Püren. Und dann ist er das Kanzel. Die Linie auf der Mitte. Das Kanzel. Und dann ist er, wenn es in der Mitte der Kanzel vorge lecturet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's zur römischen Mühle, viel Spaß beim Spielen!